ähm schlag mal irgendwo wo bisschen was los ist, komm wofür ich mich wohl ist die frage komm wir machen die taktik das machen bestimmt zehn andere auch jetzt gottrop zimmer, guck dir die an ach da ist schon jemand vor mir achschkind travis nope, nicht so schmutz double mt gefällt mir was nicht kam 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 das ist was schwein schwein dann zweit Gibt es noch eine MP, für mich vielleicht Was? Hilfe! Ey Junge, was hat der noch geschluckt? Wo ist denn das? Achso, das war der Impulsgranatenwerfer! Können du auch! Hast du die Schampe? Ist das bei die Medi? Die leben noch! Mein Gott! Man kann ihn nicht bauen Hilfe! Dann kam doch noch ein dritter! Hä? Kommt doch keiner mehr! Dann habe ich jetzt ein Free Rotate Mittel! Mann! Das ist ein Matador! Matador! Hä? Bin ich nicht da vorne durchgegangen? Get fucking Sit on! Solo DreamHack Cup! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alles fürs Überleben tun! Über- overrated! Aber das ist gut! Das verwirrt die Gegner! Und trotzdem offen lassen! Damit man schnell wieder rauskommt! Wenn er edit machen kann! Die Waren wissen Bescheid! So wird schitter! Boah! Der Arm ist dort hinten! Gut entkommen! Wuselig! Ich brauche Raketen! Die letzte Rocket war übertrieben! Ja ich sollte doch nur mal sicher gehen! Ich hatte 50 HP oder so! Okay! 85! Ich habe mich nackig gefühlt! Ich dachte der kriegt mich auch so! Aber gut disengaged oder Timme? Danke! Da hab ich die doch wieder Leute! Recycle! Und sonst hätte ich die Raketen niemals gefunden! Monika ist noch ein Danke, zum Beispiel bin ich Branded. Ich dachte einfach in den Discord reinkommt, statt hier mich im Chat zu coachen wie im Trottel. Ein Lazy wäre noch cool. Ich kenne die Map aber leider nicht. Hier irgendwo auf dem Berg ist gleich eins, wo die Seilbahn ist. Ich esse gerade die restliche Pizza. Perfekt. Das ist Lazy. Ok, das hat sich gelootet. Ich brauche sowieso nichts mehr. Ok, ein Biggie vielleicht. Friede geht für den Biggie. Und für die Monikisten. Raketen. Schade. Ich denke, ich brauche ja gar keine Impulses. Eigentlich. Es ist ja gar nicht so stacked hier. So stacked. Ist gar nicht stacked. Ah, nice. Reworkts wieder. Irre. Wo ist die Mann? Bin ich behindert? Bin ich? Hab sie. Okay. Okay, Splashes. Komm. Flugzeug, ich spiele gerade Fortnite. Ich bin im Endgame. Ich höre nichts. Oh, der hat einen Huck und so. Aber der wird mich gleich holen. Der wird mich safe holen. Ich hab da nicht rein jetzt. Ich hab da nicht rein jetzt. Ich hab da nicht rein jetzt. Vertogert. Seht man das? Mach doch nicht so. Mach doch nicht so. Ach komm. Er ist oben. Oh nein. Lieg. Hey. Fuselich. 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 Hey, hey, hey. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. No. Du Arschloch. Ja. Ja. Das ist. Oh. Guten Morgen. Ich geh mal über dich. Wenn's okay für dich ist. Okay, hier ist keiner. Dann baue ich mehr hin. Dann kommt hier sowieso keiner hin. Habt ihr gesehen wie wusel ich? Ähm, Pescatore Joe. Dankeschön für den Sub. Hab ich gerade so lange gehört. Bin mir nicht sicher. Ja. Die Zwiebeln und sie einfach rein, die Dinger. Mach. Dort schwimmt einer. Was macht ihr denn? Wo ist er? Der ist wirklich los. Feuchte Händen, Polzin. Kass auf. ein Stück flinken ich habe noch ein paar mats Early Rotate oder ich holde und dann mit Launcher Match auch nice an ich will viel mehr Kills geben komm was gibt es da so? der hat gerade geused so, nachladen, jetzt muss er raus ich muss hey ich habe schon bei der Gang ich spiele das spiel nicht zum ersten mal sollten die jetzt langsam auch bemerkt haben das war alles berechnet auch nö Ich bin ein Wrapper. 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 Timme, kommt doch alle ran. Gamo.